Imani, was hast du denn für ein schönes Outfit an? Zeig mal! Wow! Oh mein Gott, wie schön bist du denn! Imani, was ist das? Ein Spinnennetz. Eine Spinne auf dem Spinnennetz? Ja. Oh no! Willst du mal anfassen? Nein. Willst du essen? Nein. Willst du küssen? Nein. Was willst du machen? No tot. No tot. Das haben wir gelernt. Tiere machen wir nicht tot. Ewa. Imani, wie wollen wir deinen Bruder nennen? Ist kein Name. Willst du ihn Thomas nennen? Nicht Thomas. Wollen wir ihn Jakob nennen? Nein. Habt ihr vielleicht eine Idee? Schreibt uns Namensideen in die Kommentare. Aber gewünscht, Papa! Gewünscht, Papa! Wollen wir den Piau nehmen. Willst du zum Piau? Komm, gib mir deine Hand. Flamingo! Wir haben Flamingo vergessen. Nimm deinen Freund den Flamingo mit und komm. Imani, wer ist das? Binimaya. Das ist nicht Binimaya. Guten Abend, guten Abend. Imani, willst du mit mir Edamame essen? Kannst du auch Edamame sagen? Edamame. Edamame, genau. Zeig mal, wie man Edamame isst. Genau so. Genau so? Das ist Edamame. Edamame isst man so, man holt die Bohne daraus. Wow! Und die isst man. Was macht man mit dem Rest? Dick meibäen. Genau, wegschmeißen. Und sonst, wie geht's dir? Gut. Wie heißt dein Bruder? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Hast du noch keinen Namen für deinen Bruder? Ah. Ich weiß, wie wir ihn nennen. Edamame. Nein, Baba. Ja, hast du recht. Edamame isst kein schöner Name. Edamame, aber die Ahnung. Ich hab das nicht verstanden. Was ist das für eine Sprache? Arabisch. Arabisch? Kannst du Arabisch? Ja. Dann lass uns Arabisch reden. Imani, wie bist du? Hallo. Was hast du? Herz. Was ist es? Edamame. Edamame. Du willst du den Namen? Nein. Du willst den Namen, Mama oder Papa? Ich will Mama da. Das war kein Arabisch, Leute. Das war Imani Sprache. Ich will Mama da. Ach so, ich hab's verstanden. Ich will Mama da. Das war ein Mix aus Arabisch und Deutsch. Wenn Imani weint, ist Mama da. Und wo ist Baba? Auch da. Baba Iba ist. Ich hab doch schon an. Und auch bin die Nike. Imani, ich bestell dir was bei Nike, okay? Danke, Baba. Ewa. Imani will unbedingt Olaf. Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Sie will unbedingt den Schneemann, ja? Erstmal bezahlen, Imani. Danke. Bitte. Imani, was ist da drin? Mimi Maus. Olaf war nicht dabei, aber Mimi Maus. Vielleicht ist Olaf jetzt dabei. Olaf! Sie will nicht mal die Schokolade essen, sie will nur das Spielzeug. Was ist da jetzt drin? Oh, no! Nein. Was ist das, Imani? A Dusch. Irgendwie so ein stinking Pinguin. Oh Mann, Olaf war leider nicht dabei. Egal. Egal. No more monkeys jumping on the bed. Five little monkeys jumping on the bed. Mama called the doctor and the doctor said... No more monkeys jumping on the bed. Ein neuer Tag beginnt, wie geht's dir? Ja, es geht so, muss ich sagen. Was ist los, sag? Ich hab Bauchschmerzen. Bauchschmerzen? Da, wo das Baby ist? Oh, no! No, Baby, aua! Was machen wir jetzt? Doktor. Wir müssen zum Arzt, Luisa, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Wo ist der Schmerz, zeig mal. Genau hier. Hier? Ja. Ich kann leider nicht mit hochkommen, weil ich zum Training muss. Wir treffen uns nach dem Training. Ich hoffe, alles ist gut, weil ich mach mir Sorgen. Ich hoffe, du hast eine Ublehung oder sowas. Bis gleich. Bis gleich. Ich war beim Frauenarzt. Ich weiß, ich hab dich auch da hingefahren. Und erst mal, alles ist gut. Ich hatte nur Verstopfung. Also, dein Kacke ist verstopft? Ja, ich muss dir die Wahrheit sagen. Und ich dachte irgendwas für mein Kind. Du konntest einmal nicht kacken, aber das sind auch gute Neuigkeiten. Dass du nicht kacken kannst, ist nicht so gut, aber dass es dem Kind gut geht, ist super. Und das ist ein neues Foto. Er macht so. Wo sind aber seine Augen? So, er hatte zu. Und das ist seine Hand. Ja, und das hier ist Bauchnabelschnur im Gesicht. Achso, und er macht gerade so. Ja. Mein neuer Torjubel. Ich bin fast halbzeit jetzt schon. Also, noch vier Monate ungefähr. Ja. Dann sind wir zu viert. Mit Mila fünf. Wir brauchen eine größere Wohnung. 100 Prozent. Eber. Ein neuer Tag beginnt. Ein neuer Tag. Ein neues Kiki. Wir wollen jetzt endlich Olaf haben. Oh ja, 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 oh ja. Wir kaufen jetzt ein Kiki. Ja! Aber nur eins. Kleine Baby. Kleine Baby? Oh. Ist dein Bruder? Ich erkenne hier gar nichts. Erkennst du was? Nein, Bruder Baby. Ich weiß Bruder Baby, aber kannst du mir zum Beispiel sagen, wo sein Kopf ist? Ja. Wo? Da. Okay, bist du bereit? Ja. Ja. Ich bin mir in der Kasse. Ich bin vorbei. Ich meine, will ihr Bruder mitnehmen? Hoi, bei Mama. Hallo. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ey, sie hat mich noch nie so verabschiedet. Bye, bye. Wir sehen uns. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Ola. Die kaufen, die kaufen. Ola, 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 Ola. Ey, pssst, pssst, pssst. Leise. Olaf. Olaf, Olaf, Olaf. Da ist Olaf? Ja. Mama hat gesagt, wir dürfen nur eins kaufen, oder? Ja. Eins heißt ja nicht ein Ei, sondern eine Packung, oder? Ja. Wow. Mama hat gesagt, eine. Wir haben eine geholt. Eine Packung. Eine Packung. Ich hoffe, Luisa rastet nicht aus. Mama. Mama. Bitt, Bitt, Mama, Tittie. Mama, Tittie. Oh. Ne, ne, das ist dein Ernst? Luisa, du hast gesagt, eine. Eine. Eine Packung. Ein Stück? Ich hab's falsch verstanden. Eber. Okay. Okay. Okay, Luisa. Okay, Luisa. Das ist geil. Oh mein. Das ist nicht Olaf. Richtig, Imani. Das machst du super. Was ist da drin? Nemo, der Fisch. Nemo. Ein Flugzeug. Das ist auch nicht Olaf. Das ist auch nicht Olaf. Oh, no. Das ist auch nicht Olaf, Leute. Imani, was ist das? Oh, ein Hund. What are you doing? What's going on here? Oh, Olaf. Leute, wir haben immer noch keinen Olaf. Oh, Olaf, Tittie. Es gibt nur noch drei Überraschungseier. Es sind nicht mehr viele. Ich glaube, Olaf ist nicht dabei. Oh, Mann. Nein, das kann doch wohl nicht sein. Mach es auf. Wo ist Olaf? Keine Olaf. Keine Olaf. Imani, ich bin traurig. Ich schwöre, ich bin traurig. Ich wollte ihn unbedingt. Du weißt doch, wie sehr sie Mehmann liebt. Und Olaf ist ein Mehmann. Ich kann, Baba. Jetzt aufräumen. Nein. Hey, was? Leute, ich gehe jetzt auf ein Event. Mac hat mich eingeladen. McDonalds oder was? Mac Cosmetics. Mac Cosmetics? Warum nimmst du mich nicht mit? Hä? Du wolltest nicht mal mitkommen. Stimmt. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich liebe dich über alles. Du bist die Beste. Du bist die Schönste. Du bist einfach perfekt. Ich muss jetzt los. Ich komme sonst zu spät. Und ich hoffe, da gibt es was zu essen, weil ich habe Hunger. Leute, ich werde jetzt geschminkt. Zu der Foundation kann man sich jetzt den passenden Make-Up-Pinsel gravieren lassen. Kommt mit. Leute, ihr habt einfach meinen Namen falsch beschrieben. Aber egal. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Ja, du kannst es allen zeigen. Musst Gefühle nicht verschweigen. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra. Wenn du glücklich bist, dann rufe laut Hurra. Wenn du ängstlich bist, dann sage Oh no. Oh no. Amerika, Amerika, wir wurden eingeladen zu einem Fußballturnier. Wie meint ihr, kommst du mit? Nichts. Was, ich spreche diese Sprache nicht. Was hat sie gesagt, Mila? Sie hat gesagt, keine Lust. Du verstehst sie? Natürlich, das ist meine kleine Nichte. Luisa, kommst du mit? Nein, ich habe auch keine Lust. Mila, bist du wenigstens dabei? Natürlich. Dann gehe ich mit Mila. Bist du bereit? Ja. In welche Klasse gehst du jetzt? 4C. C steht für cool. Bist du cool? Ist doch klar. Ich habe eine Idee. Wir gehen doch auf ein Fußballturnier von Hertha BSC. Was darf nicht fehlen? Natürlich das meistverkaufteste Trikot von Hertha BSC. Dreimal dürft ihr raten, welches es ist. Mila, was glaubst du, welches Trikot, wo du bei Hertha BSC am meisten verkaufst? Natürlich das Schindau-Bi-Trikot. Und warum? Weil wir die beste Community haben. Ihr wisst Bescheid. Komm, Mila, wir müssen uns beilen. Wir sind zu spät, wir sind zu spät. Here we go. Wir sind jetzt an der Location. Hier auf dem Dach ist einfach ein Fußballplatz. Lass uns hochgehen. Ja, lass uns hochgehen. Wir sind jetzt in Fahrschule, wir fahren hoch. Okay, wir sind da. Wollt ihr mit ins YouTube-Video? Ja! Oh, Herr Tinho, was geht gerade? Alles klar? Wir haben dich nicht mehr gesehen. Kennt ihr Herr Tinho? Ja! Ich wurde gekauft von einer Mannschaft. Wie heißt eure Mannschaft? Prenz. Prenz. Prenz? Leute, ich schwitze. Ich unterschreibe jetzt für die Sieger fünf Bälle. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute. Er hat eingeschlafen. obb. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020